Musik Zu Gast ist heute bei uns Leon Ries, Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend. Herzlich willkommen, Herr Ries. Hallo, Herr Pote. Die Deutsche Sportjugend, was macht die eigentlich? Die Deutsche Sportjugend ist dafür zuständig, für Kinder und Jugendliche in Deutschland beste Möglichkeiten für den Sport zu schaffen. Also wir versuchen eigentlich die Strukturen so aufzubauen, dass Kinder und Jugendliche ein sicheres Umfeld haben, in dem sie Sport treiben können und dass aber auch im Sport mehr vermittelt wird als das 1 zu 0 am Wochenende, sondern dass dazu auch Wertevermittlung gehört. Insofern, wir machen Kinder- und Jugendarbeit im Sport und das ist unsere Aufgabe. Ja, meist hat man ja eher direkt mit Sportvereinen zu tun und deren Aufgaben, aber das muss natürlich an der Spitze auch organisiert werden. Der Sitz ist in Frankfurt, richtig? Richtig. Wir sitzen unweit des Frankfurter Waldstadions, haben da unseren Sitz, aber wir haben natürlich auch viele Kontakte nach Berlin und sind da immer wieder im Austausch, haben da auch ein Mini-Hauptstadtbüro sogar mittlerweile, weil wir einfach sehr, sehr häufig dort sind und da auch die Kontakte zum Familienministerium beispielsweise brauchen, aber auch in den Bundestag hinein. Nun interessiert uns natürlich einerseits, was Sie dort machen, aber zum Anfang, wie sind Sie überhaupt dahin gekommen? Sie sind ja Frankfurter, Sie sind auch in Frankfurt zur Schule gegangen, oder? Genau, richtig. Frankfurter Bub, würde man in Frankfurt sagen. Ja, also dort tatsächlich aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, nach der Grundschule das Gymnasium besucht in Frankfurt und dann da auch mit etwas hängen und würgen, so ehrlich will ich sein, auch für meinen Abschluss noch irgendwie hinbekommen. Ja, wichtig ist ja, dass man es schafft. Das lernt man ja im Sport schon. Hatten Sie denn in Schulzeiten auch schon Kontakt zu Sportvereinen? Haben Sie selbst auch Sport ausgeübt? Ja, also Sport und bei mir insbesondere der Fußball hat ziemlich prägend auch gewirkt. Also ich bin schon seit meinem vierten Lebensjahr im Fußballverein tätig. Mein Vater war, ja, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und wir haben zusammen angefangen Fußball zu spielen. Damals ja noch untypisch das Mädchen auch Fußball spielen, aber sie war immer viel besser und talentierter als ich und ich habe in der Abwehr gestanden und immer sie angefeuert, dass sie vorne doch ein Tor schießt für unsere Mannschaft. Und genau, habe im Fußballverein, damals noch beim Postsportverein, ich weiß gar nicht, ob es heute noch solche Vereine gibt, die so heißen, angefangen Fußball zu spielen, dann dort aber auch Aufgaben im Betreuungsbereich übernommen, teilweise bei Turnieren dann als Schiedsrichter fungiert und, und, und. Und habe es tatsächlich dort von den Bambinis bis zur ersten Mannschaft durchgängig dort Fußball gespielt. Ja, es gibt ja so viele prägende Momente auch, wenn man jung ist, ob nun Schule oder Verein. Gibt es so Dinge, die Sie aus der Zeit noch so besonders erinnern? Ja, also ich glaube, es sind vor allen Dingen die Kontakte zu den Menschen, die man geknüpft hat. Also mit vielen habe ich heute noch Kontakt. Frankfurt ist am Ende des Tages ja auch nicht so groß und wenn man dann heute immer mal wieder alte Fußballkollegen trifft, ist das wirklich richtig schön. Und ich habe vor allen Dingen viele Menschen kennengelernt aus ganz unterschiedlichen Milieus mit unterschiedlichen Herkünften und das war schon sehr prägend. Also da einfach auch mal kennenzulernen, welche Herausforderungen haben die. Wir hatten auch durchaus eine Mannschaft, wenn wir dann mal außerhalb von Frankfurt gespielt haben, wo wir uns dann auch Anfeindungen gegenüber gesehen haben, weil wir eben schwarze Spieler dabei hatten oder auch viele türkischstämmige Spieler dabei hatten und irgendwie als selbst nicht direkt Betroffener das aber mitzuerleben, das macht schon was mit einem und da kommt man auch hin und wieder ins Grübeln und man erlebt dann natürlich aber auch auf der anderen Seite, auch wenn man mal bei den Fußballfreunden dann zu Hause ist, wie das Leben dann dort auch abläuft und welche Herausforderungen die haben. Das waren jetzt auch nicht immer die einfachsten Milieus, aus denen die Jungs herkamen. Aber es hat mir total viel gebracht, weil ich einfach auch so viel mehr von der Welt eigentlich im Kleinen schon kennenlernen konnte. Ja, und gab es denn damals schon irgendwelche begleitenden Programme, um innerhalb dieser Vereine so etwas zu administrieren oder war man im Grunde auf sich selbst angewiesen, auf den gesunden Menschenverstand, auf das, was einem vielleicht die Eltern oder die Lehrer und Lehrerinnen mal mitgegeben haben? Ja, eher Letzteres. Also richtig begleitende Programme gab es damals nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es gab mal in der Bundesliga ein Slogan auf T-Shirts, mein Freund ist Ausländer, wenn das vielleicht noch was sagt. Ich meine, dann gab es auch irgendwelche T-Shirts, die wir als Verein dann dazu bekommen haben. Aber uns damals als Jugendliche hat das gar nicht so bewegt. Es waren auch einfach viele Auseinandersetzungen, die man dann auch geführt hat. Nicht nur verbal, da ist man durchaus auch in manche anderen schwierigen Situationen hereingekommen, weil teilweise dann auch Freunde, Mitspieler bedroht wurden und angegangen wurden. Also das war dann teilweise schon auch nicht schön. Aber man hat eben auch so erlebt, welche Seiten es doch auch dann außerhalb einer vermeintlichen Multikulti-Welt eben geben kann. Und dann war das Gymnasium aber wahrscheinlich ganz anders von der Besetzung, von der Struktur her. Ja, in vielen Bereichen schon. Also in vielen Bereichen schon. Wobei wir hatten dann, das war bei uns ganz spannend, in Frankfurt gibt es eine jüdische Schule, die ging damals nur bis zur achten Klasse und danach sind ganz viele jüdische SchülerInnen damals zu uns gekommen. Und dann gab es auf einmal andere Herausforderungen und andere Themen, die man mitbekommen hat. Also dass dann Hakenkreuz an die Wand geschmiert wurden und solche Dinge. Also das gab es auch immer. Insgesamt ist natürlich jetzt auch Frankfurt eine Stadt, in der sehr viele unterschiedliche Kulturen zu Hause sind. Insofern war das auch im Gymnasium so, aber nochmal auf einem anderen Niveau. Also die Freunde aus dem Fußball, die haben da durchaus teilweise einfach ein Hertheim-Background gehabt. Also da mal auch bei Freunden zu sein, im Hochhaus zu sein und mal zu merken, wie dünn so Wände eigentlich tatsächlich sind, dass man wirklich den Fernseher von nebenan hört und wie da so ein Leben stattfindet, das ist schon was anderes. Sind in dieser Erfahrung aus der Jugend auch eingegangen in Ihre Wahl des Studienfachs später? Sie sind dann ja an die Uni Darmstadt gegangen. Genau, richtig. Ich habe dort Sportwissenschaften und Soziologie studiert und Sport, weil es irgendwie für mich naheliegend war, mich in dem Themenfeld weiter auch mit zu beschäftigen. Und die Soziologie durchaus auch, weil die sozialen Fragen mich auch immer bewegt haben. Einfach zu schauen, wie entstehen überhaupt ungleiche Entwicklungen in unserer Gesellschaft? Was kann man auch dagegen tun? Und das hat mich in der Tat sehr beschäftigt und habe ich auch versucht, im Studium meinen Fokus auf solche sozialen Ungleichheiten zu setzen und zu schauen, wie kann das überhaupt passieren in unserer Gesellschaft? Und ja, Erklärungen eigentlich auch ein Stück weit dafür zu finden. Sie hatten ja auch beim Hessischen Landessportbund dann während des Studiums eine Tätigkeit. Das hatte auch mit Integration zu tun. Genau, wir haben damals ein Integrationsprojekt gemacht. Das hat sich an Frauen mit Migrationshintergrund gerichtet. Die Idee war die, möglichst in den Sportverein zu bringen, weil wir einfach auch festgestellt haben, die tun sich häufig noch schwer damit, diesen Schritt zu machen. Gerade im ländlichen Raum ist der Sportverein häufig auch ein sehr deutsches Gebilde, wenn man so möchte. Und da vielleicht dann die einzige Frau mit Migrationshintergrund zu sein, das ist schon ein Step. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass ab und zu in solchen Kulturen der Weg in den Sportverein für Frauen, die vielleicht auch Mütter sind zu Hause, nicht unbedingt zum üblichen Tagsablauf gehört. Und wir haben dann beispielsweise Schwimmkurse angeboten und so weiter. Und das war sehr, sehr gut. Damals auch unterstützt von der Hessischen Landesregierung mit Volker Bouffier beispielsweise, der auch dann bei unseren Projekten mit dabei war. Das war echt eine schöne Geschichte. Und vor allen Dingen bewegend, wenn die Frauen erzählt haben, wie sich für sie auch der Horizont durch den Sport geöffnet hat. Dass sie mit ihren Kindern jetzt ins Schwimmbad gehen können. Und im Wasser stehen können und keine Angst haben müssen, dass man nicht weit genug hineingehen kann ins Wasser. Das war wirklich auch echt bewegend und schön. War das denn ein zeitlich begrenztes, ihr punktuelles Projekt? Oder läuft das oder lief das weiter? Das lief dann nicht mehr weiter. Ich meine, als die Regierung in Hessen gewechselt hat, lief dieses Projekt nicht mehr weiter. Die Förderung ist dann auch ausgelaufen gewesen. Ich selbst habe da circa ein Dreivierteljahr gearbeitet. Also jetzt auch nicht Ewigkeiten, habe es aber noch immer wieder weiter verfolgt. Und was da schon wunderbar funktioniert hat, war eben die Anbindung an den organisierten Sport. Dass eben auch wirklich das kein Standalone-Projekt war, sondern dass es wirklich in die Sportstrukturen hinein gepasst hat und nicht irgendwelche Zusatzprojekte entwickelt wurden. Sondern man ist auf die Vereine vor Ort zugegangen und hat gesagt, hey, hier habt ihr eine Zielgruppe, die sprecht ihr noch nicht an. Wollt ihr denen nicht einmal ein Angebot machen? Und so hat sich das eigentlich auch ganz gut entwickelt. Auch während des Studiums hatten Sie dann ja schon einen Kontakt zum DFB. Wie ist das denn zustande gekommen? Richtig, ja. Ich hatte einen Dozenten an der Universität in Darmstadt damals. Der war auch zugleich der Fußballtrainer der Hochschulmannschaft. Es gibt ja dann auch Hochschulfußballmeisterschaften. Da haben wir damals auch mit Darmstadt mitgespielt. War noch gar nicht so schlecht. Und der hatte mich dann mal angesprochen und hat gesagt, hier, Leon, hast du nicht Interesse, beim DFB mal ein Praktikum zu machen? Ich kenne niemanden. Und ich sagte, ja, klar. Und dann ist der Kontakt aufgebaut worden. Dann gab es einen Praktikumsplatz im Bereich internationale Beziehungen und Trainerausbildung. Und so bin ich 2011 beim DFB gelandet damals. Und war natürlich ein perfekter Zeitpunkt, die Frauen-WM im eigenen Land. Also ich hätte es schlechter treffen können. Internationale Beziehungen klingt ja sehr spannend. Was verbirgt sich dahinter? Der DFB hat seinerzeit in vielen Verbänden Fußballaufbauarbeit betrieben. Also beispielsweise versucht, in Ländern, die fußballerisch noch nicht so weit entwickelt sind, Strukturen aufzubauen für insbesondere Trainer dort. Und in dem Zusammenhang sind auch immer wieder Gruppen nach Deutschland eingeladen worden, als sogenannte Study Visits. Und wir hatten dann beispielsweise eine Delegation aus Israel da gehabt. Damals übrigens total spannend waren Israelis dabei und auch Palästinenser, die zusammen in einem Bus damals gefahren sind und es überhaupt kein Problem seinerzeit war. Aber auch Austausch mit dem chinesischen Fußballverband. Da hatten wir eine Delegation während der Frauen-WM dabei. Auch sehr spannend, weil wir einen Kollegen dabei hatten, der nordkoreanische Wurzeln hatte. Und Nordkorea ist ja im Frauenfußball, Sie werden es vielleicht noch wissen, gar nicht so schlecht. Und die waren damals auch dabei. Und da gab es dann kurze geheime Treffen. Und das war ganz spannend, wie sie dann schnell geflüstert haben und schnell aber auch wieder auseinandergegangen sind. Hat die Frauenfußball-WM eigentlich damals auch einen Schub für Frauenfußball in Deutschland gebracht? Oder haben wir das hier schon etabliert? Ich glaube, rückblickend würde man sagen, man hat diesen Schub nicht ausreichend mitgenommen. Wenn man sich das damals angeschaut hat, waren die Stadien relativ voll. Die Stimmung war recht gut. Und man hat es aber nicht geschafft, strukturell daraus Kapital zu schlagen. Also, wenn man sich auch anschaut, wie die Entwicklung der Mädchen, die Fußball spielen, ist und war, auch mit Blick auf 2011, hat es danach zu schnell wieder abgeflacht. Und ich würde das darauf zurückführen, dass die Strukturen in den Vereinen nicht geschaffen worden sind, damit Mädchen Fußball spielen können. Ihr Studium haben Sie dann mit einer Magisterarbeit abgeschlossen. Was war das Thema? Es ging auch um Sport und Sportspielen. Da ging es um den Schiedsrichter im Sportspiel. Und wie so ein Schiedsrichter auch auftreten muss auf dem Platz oder in der Halle. Welche Anforderungen auch an Schiedsrichter gestellt werden. Und dann mal zu schauen, wem kommen denn diese Anforderungen eigentlich näher. Und gibt es da vielleicht schon, angesichts dieser Anforderungen, die gestellt werden, vielleicht schon einen Selektionsmechanismus zuvor? Es gibt ja häufig, ich glaube, jede Sportart hat Probleme, Schiedsrichter zu finden. Ich glaube, da wird jede Sportart sagen, wir hätten gerne mehr. Und da mal reinzuschauen und sagen, okay, vielleicht müssen wir da mal gucken, wie können wir vielleicht die Personen, die wir haben in unseren Strukturen auch helfen, genau so auftreten zu können. Weil häufig ist es auch ein Habitus, der eine gewisse Ausschallung auch dann mit sich bringt, vielleicht auch eine gewisse Bestimmtheit in Situationen voranbringt. Und das muss man manchmal erlernen. Und manche bringen es ein bisschen einfacher vom Hause aus mit, weil man gewohnt ist zu diskutieren, seinen Standpunkt zu vertreten und für sich einzustehen. Und insofern habe ich das mal unter diesem Gesichtspunkt beleuchtet und geschaut, wo gibt es da vielleicht Stellschrauben auch für den organisierten Sport, da nachzuhelfen. Ist denn das Thema der hauptamtlichen Schiedsrichtertätigkeit, der Professionellen ein wichtiges? Oder weil das ja auch immer wieder hochkocht, inwieweit kann es mit Ehrenamt natürlich von den Profiligen abgedeckt werden? Wie gut muss man bezahlt werden? Macht das auch einen Unterschied? Könnte das gleich Anreise setzen oder ist das eher zweitrangig? Also wenn wir jetzt vielleicht im ersten Schritt erstmal die arbeitsrechtliche Perspektive außen vor lassen und erstmal schauen, die sportliche Perspektive, würde ich sagen, ja, ein Schiedsrichter, der sich intensiv auch mit dem eigenen Körper beschäftigen kann, sich vorbereiten kann, wir sehen es ja jetzt in der Bundesliga, es gibt immer wieder Schiedsrichter, die auch verletzungsbedingt ausfallen. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass das Trainingspensum vielleicht nicht so hoch geschraubt werden kann, wie nötig. Die Belastung nicht nur für Spieler im Fußball wird höher, auch für Schiedsrichter. Die Anzahl der Spiele nimmt zu. Insofern würde ich sagen, ja, wenn das professionalisiert ist, gibt es da Möglichkeiten, das zu erreichen. Und es setzt natürlich auch nochmal andere Anreize an den Nachwuchs, zu sagen, ich kann mir damit wirklich auch auskömmlich meinen Lebensunterhalt finanzieren. So sind das am Ende Menschen, die einen Beruf haben, in denen diese Kombination irgendwie möglich ist. Also von der Polizei freigestellt werden beispielsweise, eine Zahnarztpraxis zu haben, die man dann halt an gewissen Tagen nicht öffnet oder als Rechtsanwalt in der Kanzlei tätig sein. Solche Dinge, das geht. Aber es wird wahrscheinlich weniger die Servicekraft sein, die vielleicht in einem Restaurant arbeitet, die dann sagt, ich kann das auch. Das wird da eben nicht funktionieren. Nach der Magistarbeit hatten Sie nochmal kurz überlegt, zu promovieren, aber das nicht wirklich zu Ende verfolgen. Ja, richtig, richtig. Da war ich sehr in dem wissenschaftlichen Drive drin und hatte auch gute Gespräche damals mit meinen Professoren. Die mir das auch nahegelegt hatten. Ich hatte dann an der Universität in Stuttgart die Möglichkeit gehabt, auch eine Stelle zu übernehmen, auf der ich dann auch eine Promotion verfolgt habe. Da ging es um die Kommunikation zwischen Trainern und Athleten. Das Ganze aus einer kommunikationstheoretischen Perspektive zu betrachten. Wann klappt es, wann klappt es nicht? Auch so ganz banale Themen wie, wann darf der Trainer mal einen anschreien und wann vielleicht auch nicht? Das war ganz spannend, hatten wir ein tolles Projekt. Und genau, das habe ich dann circa zwei Jahre ungefähr gemacht, aber dann auch festgestellt, dass das mit der Belastung, die vielleicht dann auch ein neugeborenes Kind, was dann kam bei uns, mit sich bringt, auch schwierig ist, übereinzubringen. Und da die Promotion da doch auch noch in weiterer Ferne war, habe ich damals gesagt, okay, vielleicht ist es jetzt der notwendige Zeitpunkt, auch nochmal sich zu verändern. Es war auch nicht ganz unglücklich, dass gerade beim DFB, den Sie ja nun schon kannten, eine ganz spannende Stelle ausgeschrieben wurde. Genau, richtig. Die Stelle des sogenannten Jugendsekretärs. Dahinter verbirgt sich eigentlich, dass man für Themen des Jugendfußballs im Deutschen Fußballbund tätig ist. War damals ausgeschrieben und natürlich haben da auch noch geholfen, dass ich noch Kontakte hatte ins Haus, konnte mich also auch gut informieren, wie ist es um diese Stelle bestellt, was muss man mitbringen, was sind die Anforderungen. Und konnte dann in den Gesprächen offenbar gut genug überzeugen, sodass man mich dann dort auch wieder beim DFB aufgenommen hat. Könnten Sie vielleicht nochmal etwas genauer erläutern, wie ist denn der Fußball überhaupt organisiert? Von unten nach oben, von oben nach unten, vom Verein bis zur FIFA. Wie verteilen sich so die Aufgaben? In welchem Umfeld bewegt sich der DFB und ein Mitarbeiter der SDFB? Das ist ja offensichtlich sehr vielfältig. Allerdings, ja. Man sagt ja auch nicht selten, der DFB ist ein großer Tanker. Das ist es in der Tat. Als Dachverband ist er jetzt in erster Linie auch für seine Mitglieder zuständig. Die Mitglieder des DFB sind die Fußball-Landesverbände. Also jeder Landes- oder in jedem Bundesland gibt es mindestens ein Fußball-Landesverband. Manche haben sich so genau aufgesplittet. Insgesamt 21 an der Zahl. Und mit denen arbeitet man eng zusammen und versucht gemeinschaftlich Ideen, Konzepte zu entwickeln für den Fußball an der Basis im Verein, so dass man wirklich diese Themen noch auch mitbekommt, wenn man in seinem Verein um die Ecke am Wochenende auf den Fußballplatz geht und sagt, hm, guck mal, das hat der Fußball organisiert und hier auf die Beine gestellt. Und ob dann das DFB-Logo dann drauf ist oder das, das Landesverband, das ist ja dann auch erstmal egal. Aber die Ideen sollen eigentlich so darüber geschmiedet werden. Und da muss man als DFB letzten Endes sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen auch zusammenbringen, weil die Herausforderungen eines Flächen-Fußball-Landesverbands sind anders als die eines städtischen. Wenn man dann nach Hamburg oder Berlin schaut, wird eher die Problematik sein, dass die Plätze nicht vorhanden sind, die Ehrenamtlichen nicht da sind. Und auf dem Land ist eher das Problem, dass zu wenig Mannschaften vorhanden sind, um einen Spielbetrieb zu organisieren. Und insofern, One-Side-Fits-All-Lösungen wird es selten geben in diesem Konstrukt. Und das macht es natürlich dann auch spannend, aber auch schwierig. Haben Sie auch so ein bisschen den Vergleich gehabt, wie das in anderen Ländern organisiert wird? In der UEFA kann man sich da so ein bisschen mit den europäischen Nationalverbänden abstimmen. Bei den Kontinentalverbänden unterhalb der FIFA wird es wahrscheinlich dann schwieriger. Ja, also in Europa gibt es wenige Systeme, die so aufgestellt sind wie Deutschland. Das muss man schon so sagen. Also wir waren beispielsweise dann auch mal bei der FA in England gewesen, die sehr zentral die Projekte steuern. Und dort sind dann die Counties in der Regel eigentlich die, die die Projekte umsetzen. Die werden auch hin und wieder als Entwickler eingesetzt, aber es ist eher eine zentralisierte Organisation. Genauso in Frankreich. In Holland war es ähnlich so wie in Deutschland. Und da hat man sich dann aber irgendwann dazu entschieden, das umzudrehen und zu sagen, nee, wir machen es auch zentralisiert. Aus der Zentrale heraus versuchen wir, den Fußball zu entwickeln und zu steuern. Und hat es darüber versucht. Es gibt aber auch beispielsweise Österreich oder Schweiz ähnliche Strukturen in dem Feld. Wie man sich aufstellt, aber auch jetzt führende Nationen, Portugal, Spanien, läuft auch sehr, sehr viel zentralisiert ab. Jenseits dieser Unterstützung der Landesverbände betreibt der DFB ja auch einen kleinen Bereich eigenen Spielbetrieb im Jugendbereich, die Union-Bundesliegen und die U-Nationalmannschaften. Wie ist das strukturiert? Ja, in der Tat, die Jugend-Junioren-Bundesliegen liegen beim DFB. Der organisiert diesen Spielbetrieb. Es gab früher drei an der Zahl, das hat man jetzt auch umstrukturiert. Man hat das System geändert, hat jetzt auch auf kleinere Ligen gesetzt und lokalere Ligen nochmal gesetzt, um das zu organisieren. Aber dafür ist der DFB zuständig, der lässt die Regelwerke, entscheidet auch, wie die Strukturen sind, auch für den Junioren-Vereinspokal beispielsweise und versucht dort eigentlich Strukturen zu schaffen, die zumindest jetzt in der neuesten Entwicklung so ausgerichtet sind, dass es nicht nur darum geht, einen Meister zu küren am Ende des Jahres, sondern auch die Entwicklung der Spieler voranzutreiben. Sie als hauptamtlicher Mitarbeiter hatten dann ja auch mal mit Ehrenamtlichen zu tun, diese Verbandstruktur, auch der DFB ist ja ein e.V., diese Verbandstruktur. Ist das manchmal schwierig, dieses alles unter einen Hut zu bekommen? Also man ist vor Ort, man hat die 21 Landesverbände, man hat Hauptämter, man hat Ehrenamtler. Das setzt doch wahrscheinlich ein sehr spezielles Arbeiten voraus. Auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal kein 9-to-5-Job. Wenn man mit dem Ehrenamt zusammenarbeitet, dann muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man die Zeiten dann auch anpasst. Also es ist mit Sicherheit so, dass man darauf auch Rücksicht nehmen muss. Herausfordernd ist vor allen Dingen, dass es so unterschiedliche Perspektiven häufig gibt. Aber ich würde es noch nicht mal die Trennung im Haupt- und Ehrenamt sehen an der Stelle, sondern wirklich zu schauen, okay, wer hat eigentlich welche Bedürfnisse in seiner Region und wie kann man dem Rechnung tragen. Und dann gibt es natürlich einfach auch ganz viele unterschiedliche Interessen. Manche haben vielleicht auch dann noch nicht das Wissen, das andere haben. Gerade im Ehrenamt hat man vielleicht dann auch mal, weil der Hauptberuf stresst sich nicht die Zeit, sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen. Und so können dann Prozesse durchaus auch manchmal ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist durchaus auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man sehr schnell nicht unbedingt immer vorankommt, sondern dass manche Prozesse auch viel Zeit benötigen. Was heißt viel Zeit? Haben Sie ein Beispiel? Wir haben damals angefangen als einen Auftrag aus dem Jugendausschuss, für den ich zuständig war, also der Ausschuss, der den Spielbetrieb für den Juniorenfußball in Deutschland organisieren soll. Zumindest in den Rahmen auch für den Spielbetrieb in den Landesverbänden. Die Idee gehabt, wir sollten doch mal den Kinderfußball uns nochmal anschauen. Und das war Ende 2016, haben wir das erste Mal diese Idee skizziert. Dann haben sich Arbeitsgruppen gegründet, das wurde sich inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ich meine, vor drei Jahren ungefähr hat man dann den Beschluss tatsächlich gefasst, den Kinderfußball zu verändern. Also es ist viel Zeit vergangen. Man hat sich sehr intensiv mit dem Projekt auseinandersetzen können. Und es sind einfach immer wahnsinnig viele Abstimmungsrunden, die dann auch zu treffen sind, um Leute zu überzeugen, mitzunehmen. Und das hängt immer sehr viel auch an den Menschen. Also ich glaube, wenn man dann viele Menschen findet, die sich hinter die Idee bringen, ist das gut. Aber es gehört natürlich auch zum demokratischen Aushandlungsprozess, solche Dinge dann auch zu diskutieren. Und das ist ja auch immer ein bisschen das Schöne bei aller Langwierigkeit, dass man auch lernt, wie solche Prozesse dann eben in der Aushandlung und Diskussion auch reifen können, welche Parteien man auch berücksichtigen muss und dass jeder auch irgendwo das Recht hat, seine Stimme dazu äußern. Also das ist, auch wenn von außen immer der Eindruck ist, da gibt es die Hinterzimmergespräche im organisierten Sport. Die gibt es mit Sicherheit auch. Aber es gibt eben auch die offenen Bühnen, wo man reingeht und sich Diskussionen stellen kann und sich da auch austauscht. Was ja sicherlich auch sehr spannend war, war, die weiteren Lebenswege nachzuverfolgen, Kontakt zu halten mit den Personen, mit denen man da mal gearbeitet hat. Weil es ist ja oftmals tatsächlich, wie auch bei Ihnen, mal eine Periode, die man dann im DFB tätig war. Man begegnet dann Menschen wie Hansi Flick, der damals Sportdirektor war. Der dann gestern Abend wieder eine kleine Krise über Bayern München ausgelöst hat, durch das Spiel in der Champions League. Wohin haben sich so andere DFB-Mitarbeiter aus der Zeit verteilt? Halten Sie noch Kontakt? Ja, doch, immer wieder. Also das ist in der Tat so. Ein Kollege aus der Zeit ist mittlerweile beispielsweise bei der FIFA, macht dort das ganze Thema E-Football. Also auch total spannend und interessant mitzuverfolgen. Andere gehen andere Wege in die Politik beispielsweise. Ich habe jetzt einen ehemaligen Kollegen, der Pressearbeit macht im Bundestag. Also all solche Sachen. Und das ist natürlich total spannend auch zu verfolgen und die Kontakte da noch zu halten. Aber auch auf ehrenamtlicher Seite die Kollegen, mit denen man doch dann sehr viel und eng auch zusammenarbeitet, die dann auch mal wiederzutreffen, mal zu hören und auch die Kontakte zu nutzen. Das muss man ja auch sagen. Einfach mal um Rat bitten. Das sind Netzwerke, die man da im Sport, glaube ich, insbesondere aufbauen kann, die total wertvoll sind. Also das ist wirklich richtig gut. Wie kam es dann zum Wechsel zur deutschen Sportjugend? Naja, ich habe in den letzten Jahren beim DFB nochmal ein Projekt übernommen im Bereich der Nationalmannschaften. Damals noch mit Oliver Bierhoff zusammen. Projekt Zukunft hieß das. Das habe ich begleiten dürfen und steuern dürfen. Und da habe ich schon gemerkt, wir kommen ans Ziel. Das läuft ein und hatte schon so ein bisschen die Visiere zumindest ein bisschen offen. Und dann kam ein Anruf aus der deutschen Sportjugend, ob ich mir nicht denn vorstellen könnte, dort die Geschäftsführung zu übernehmen. Weil die damalige Geschäftsführerin hatte ihren Abschied wiederum bekannt gegeben, dass sie zum DFB lustigerweise wechselt. Wechseln wird eine andere Stelle damals. Und so kam der Kontakt zustande. Und so ist das erste Mal bei mir so hinterlegt worden, es könnte da auch eine Option sein, sich dort zu bewerben. Das war ja damals räumlich noch gar nicht mal so ein großer Schritt. Der DFB saß ja auch noch in der Otto-Flex-Schneise. Nur eine Straße davor. Ja, wobei damals waren wir sogar schon auf dem Campus. Der war doch schon im Campus. Der war schon fertig, genau. Also ich habe quasi den Blick auf den Fußballplatz und teilweise die Trainingseinheiten der Nationalmannschaft, die ja durchaus auch manchmal stattfinden, eingetauscht. Gegen den Blick auf das Waldstadion. Aber als Eintracht Frankfurt-Fan ist das dann sehr gut auszuhalten. Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend ist hauptamtlich, Vollzeit. Wie ist die Führungsstruktur in der Deutschen Sportjugend organisiert? Wir haben ein ehrenamtliches Vorstandsgremium. Die sieben an der Zahl. Alle sind sogar auch in der BGB-Haftung. Wichtig ist auch immer zu erwähnen, dass zwei von diesen unter 27 sein müssen. Im Moment sind es auch genau zwei. Und wir aber trotzdem immer auch gucken, dass wir da junge Menschen in dieses Gremium hineinbekommen. Ich auf meiner Seite bin beratende Stimme in diesem Vorstand als Geschäftsführer der Sportjugend. und versuche da die Geschäftsstelle zu leiten mit einem Team von mittlerweile, ich glaube es sind über 55 Mitarbeitenden jetzt, die dort tätig sind und dort den Laden am Laufen zu halten. Wie ist die Verknüpfung zum DOSB? Bei mir persönlich gibt es eine Doppelrolle. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend und zugleich Vorstand Jugend im Olympischen Sportbund. Also da gibt es eine direkte Verzahnung. Man kann sich das, oder ich versuche es immer so zu erklären, das ist immer ein bisschen wie bei den Jugendorganisationen der großen Parteien, wie eine junge Union oder die Jusos bei der SPD, so ist eigentlich die Sportjugend angedockt am DOSB. Also es gibt eine Selbstständigkeit, die ist auch wichtig zu erhalten. Das ist für uns auch Fördervoraussetzung im Übrigen, damit wir überhaupt Geld vom Bund bekommen, dass wir eine Eigenständigkeit haben und auch eigenständig über die Verwaltung unserer Mittel entscheiden, damit das nicht eben von oben vorgegeben wird. Das ist ganz, ganz zentral. Und so agiert eigentlich auch die Sportjugend wirklich als eigenständige Organisation, die natürlich aber im Gesamtkosmos des organisierten Sports eingebettet ist und natürlich da auch die Aufgaben erfüllen möchte, die dazu beitragen, dass der Kinder- und Jugendsport funktioniert. Anders als der DFB hat man dann ja aber nicht eine Sportart, sondern kümmert sich um mehrere, allerdings ohne jetzt in die Regelwerke einzugreifen, sondern mehr das Drumherum. Wo liegt denn da der Schwerpunkt? Genau, also es geht nicht darum zu gucken, spielt man jetzt im Kinderfußball auf 20 oder auf 30 Metern, sondern deutlich allgemeiner. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen auch eine Stimme zu geben. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind auch in Berlin tätig und versuchen dort auch die Belange von Kindern und Jugendlichen stark zu machen. Ein Thema, das uns immer wieder umtreibt, ist das Thema Kinder- und Jugendschutz, dass wir dafür die Strukturen auch in unseren Vereinen schaffen, aber auch natürlich beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen dafür überhaupt vorgesehen sind, dass das möglich ist, da auch agieren zu können oder wenn von Seiten der Regierung Projekte angestrebt werden, dann auch kritisch draufzuschauen, hilft es den Sportstrukturen, was da geplant ist, oder macht es eigentlich allen Vereinen, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, mehr Arbeit, wenn das so kommt. Also Gesetzvorhaben sich anzuschauen. Aber ansonsten entwickeln wir auch beispielsweise Konzepte, Ideen für einen bewegten Ganztag. Es gibt bald den sogenannten Verpflichteten oder den Recht auf einen Ganztagsplatz deutschlandweit. Das heißt, deutlich mehr Kinder werden vermutlich in der Betreuungssituation sein und wir wollen dann dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in diesen Situationen auch die Möglichkeit haben, Sport und Bewegung zu betreiben. Und das ist kein Selbstläufer, wo man sagt, okay, werf halt einen Ball rein, das wird schon klappen, sondern dafür bedarf Strukturen. Wir gucken uns dann natürlich auch an, was kann eine Kita machen, die vielleicht nicht den riesen Schulhof hinten dran hat, wie müssen da Räume organisiert sein und da beratend zu unterstützen, aber dann auch da beispielsweise auf politischer Ebene schauen. Das Thema Ganztag ist eine Ländersache, dass wir dann beispielsweise bei der Gesundheitsministerkonferenz mal vorstellig werden, bei der Kultusministerkonferenz vorstellig werden und sagen, ey, wenn ihr das vorhabt, dann müsst ihr an folgende Punkte denken. Und das ist unsere Aufgabe als Sportjugend, dort tätig zu sein. Wenn man schon so früh ansetzt und sagt, schon dort für möglichst viel Bewegung zu sorgen, ist Teil unserer Aufgabe, wie zieht es sich nach oben in die Leistungsförderung weiter? Wo lassen sich die Sportfachverbände noch reinreden? Wo kooperiert man denn? Das O steht ja auch für olympisch. Und gerade die Vorbereitung auf olympische Spiele ist ja auch ein Highlight für viele Sportler. Wie ist sozusagen in der Leistungsförderung die Interaktion mit den Sportfachverbänden? Ja, also in der Tat sind die Sportkarrieren der Nachwuchssportler sehr im Beritt dieser Sportfachverbände. Das muss man so sagen. Wir gucken trotzdem, dass diese auch kinder- und jugendgerecht gestaltet sind. Also zu schauen, ist das für die Ansprüche der Kinder und Jugendlichen richtig ausgerichtet? Sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass man Schule und Leistungssportkarriere übereinbringen kann? Sind da auch Ansprechpartner für unsere Mitgliedsorganisationen, um mal drauf zu schauen? Da gucken wir hin. Aber ansonsten geht es für uns auch darum, einen positiven Wert damit zu verbinden. Es gab ja jetzt immer wieder die Diskussion, lohnt sich Leistungssport überhaupt noch? Also kann ich mehr als junger Mensch überhaupt leisten, so eine Karriere zu verfolgen? Oder sage ich nicht lieber, ich lasse es lieber. Am Ende habe ich vielleicht eine Medaille um den Hals, aber habe Probleme, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dafür Bedingungen zu schaffen, aber auch irgendwo eine Bereitschaft, auch bei den Kindern und Jugendlichen zu erzeugen, zu sagen, das ist ein erstrebenswertes Ziel, was man da tut. Das ist total hilfreich für die eigene Entwicklung, für das Aufwachsen eines jungen Menschen, so eine Leistungssportkarriere zu verfolgen. Also wir haben beispielsweise jetzt Ende dieses Jahres, machen wir nochmal eine internationale Konferenz zu dem Thema, weil wir sagen, wir merken irgendwie, da rumort irgendwas. Thema Bundesjugendspiele ist häufig ein schöner Aufhänger zu sagen, oh je, das ist ja alles ganz schlimm für die Kinder und die machen überhaupt keinen Leistungssport. Da einfach auch differenziert drauf zu schauen und sich das nochmal genauer anzugucken. Das ist ja auch tatsächlich diese Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport, da geht es ja schon los. Also später Beruf, Einkommen, Leistungssport, der Fußball hat sich ja die Elite-Schulen des Fußballs durchaus aufgebaut. Es gibt ja auch die Elite-Schulen des Sports, das ist dann breiter gefasst. Genau, richtig. Dann gibt es noch Olympiastützpunkte beispielsweise. Also die Strukturen in Deutschland sind auch nicht so katastrophal, wie es häufig dargestellt wird. Ich glaube, die Zugänge für manche Athleten sind teilweise herausfordernd. Und Elite-Schulen des Sports sind ein ganz elementarer Teil, damit auch die duale Karriere funktionieren kann beispielsweise. Ich glaube, da kann man auch nochmal schauen, tun wir da genug? Schaffen wir da auch noch eine, ja, ist die Breite groß genug an Sportlern, die wir hier erzeugen, wo wir dann später auch die absolute Spitze dann auch heraus sieben können. Ich glaube, das müsste man sich nochmal anschauen. Aber dann auch die Möglichkeiten schaffen vielleicht für Sportler, die nicht den Zugang zu solchen Einrichtungen haben, in ihrem Schulalltag nach wie vor auch Leistungssport zu betreiben. Dass es eben möglich ist, dass ich in der Schule meine Klausur nachholen kann, wenn ich in einer Woche einen Wettkampf habe. Dass ich die Möglichkeiten habe, an der Universität, auch in einem sehr verschulten Bachelorstudiengang, meine Prüfungen nachzuholen. Diese Möglichkeiten, die müssen noch viel aktiver und viel stärker bespielt werden, damit junge Menschen auch Schule, Studium und Leistungssportkarriere übereinbringen können. Die Deutsche Sportjugend führt ab morgen wieder ihre alle zwei Jahre stattfindende Vollversammlung, führt sie durch, dieses Mal in Hamburg. Was sind die Themen, die in diesen Tagen bei Ihnen auf der Agenda stehen? Ja, vielfältig. Aber wir haben einen Fokus gesetzt, das ist das Thema Demokratieförderung im Sport. Das ist für uns auch ein wichtiges Thema, weil wir auch einfach merken, wie Vereine auch teilweise mit dem Thema zu kämpfen haben. Es gibt ganz tolle Vereine, die machen tolle Projekte, aber da müssen wir auch ehrlich sein, um die müssen wir uns häufig nicht kümmern. Das sind Vereine und Strukturen, wo es schwieriger ist, wo man vielleicht auch als Sportfunktionär in einen Kreissport geht, Sportamt geht oder Bund geht und dann mit anderen Herausforderungen konfrontiert ist, als man das vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren gekannt hat. Und das ist durchaus herausfordernd. Deswegen wollen wir uns da anschauen, wie wir uns da positionieren können. Wir haben Anträge auf der Agenda, klassischerweise, wie es so ist. Eine Vollversammlung ist ähnlich wie eine Mitgliederversammlung in jedem Verein. Da gibt es Anträge, die es abzustimmen gilt. Ein Antrag wird sein, dass wir unsere Jugendordnung wehrhaft machen beispielsweise. Also so, dass wir auch reagieren können, wenn in unseren Strukturen etwas passiert, was antidemokratisch ist oder sagen, das ist nicht auf den Grundfesten unserer Demokratie, was da passiert. Da sollten wir uns mal das anschauen, dass wir da als Sportjugend einfach auch tätig werden können. Das soll auch ein bisschen beispielgebend sein für andere Organisationen, die das dann auch hoffentlich übernehmen können. Und ansonsten steht auch noch ein kleinerer Block aus. Das sage ich jetzt so ein bisschen despektierlich. Gleichzeitig ist es aber gar nicht die Veränderung unserer Struktur. Also ich hatte vorhin erwähnt, wir sind sieben ehrenamtliche Vorstandsmitglieder aktuell. Dass wir diese Struktur auch ein Stück weit modernisieren, anpassen an die Herausforderungen in der heutigen Zeit. Wie ist die Rechtsform der deutschen Sportjugend im Moment? Ja, wir sind ein sogenannter Zweigverein im Verein. Also das heißt, wir gehören zum DOSB, aber sind eben nach wie vor auch selbstständig und eigenständig und haben entsprechend auch einen eigenen Haushalt beispielsweise und so weiter und so fort. Und wer uns googelt, sieht auch, dass wir ein anderes Logo beispielsweise haben. Solche Aspekte. Also wir sind da in der Eigenständigkeit auch drinnen. Und insofern hat auch dieser ehrenamtliche Vorstand auch natürlich eine Verantwortlichkeit in finanzieller Hinsicht. Und wir werden jetzt am Wochenende ein neues Mitglied, hoffentlich klappt das, nach den Wahlen im Vorstand begrüßen können, dass es Anfang 20 und so einem Anfang 20-jährigen Menschen natürlich eine Aufgabe mitzugeben mit einem Haushaltsvolumen von 20 Millionen. Da würde ich auch erstmal sagen, ist eine Aufgabe und ist auch schwierig, dann alles so durchzublicken. Und deswegen haben wir uns entschieden, das auch ein bisschen abzumildern. Zu sagen, für Menschen, die neu gerade in diese Rolle reinkommen, macht es vielleicht Sinn, da nicht gleich in der vollen Haftung zu sein, sondern eher in einer Funktion, wo ich strategisch und politisch arbeite. Und wir haben einen geschäftsführenden Vorstand, der in Zukunft noch mit zwei hauptamtlichen Kräften besetzt sein wird, die dann die Verantwortung nach BGB übernehmen werden, sodass dann auch sichergestellt werden, dass die Strukturen professionalisiert werden können, aber wir auch einen Erfahrungsraum nach wie vor für Ehrenamtliche haben. Und was ich besonders gelungen finde eigentlich an dem Ganzen, Sie hatten es eben angesprochen, das Thema Hauptehrenamt, ist es manchmal herausfordernd, dass wir hier an der Stelle zusammenarbeiten. Und dass man eben auch guckt, dass man die beiden Fähigkeiten und Stärken, die Haupt- und Ehrenamt in sowas einbringen können, dann auch in einem Gremium zusammen hat. Wie viele Teilnehmer erwarten Sie denn delegierte Gäste in diesen Tagen? Es wird voll, 250 an der Zahl. Es werden auch einige junge Menschen dabei sein. Uns nach unserer Meinung noch zu wenig, deswegen machen wir jetzt auch eine Jugendquote, die verbindlich ist. Also die nächste Vollversammlung wird noch mal jünger werden. Aber es ist eine Veranstaltung, wo wir aus wirklich allen unserer Mitgliedsorganisationen, das heißt aus den Spitzenverbänden, aus den Landessportjugenden Menschen bei uns haben, die über diese Anträge, die ich gerade erwähnt habe, beispielsweise dann abstimmen. Oder auch eigene Punkte einbringen können. Also das ist wirklich auch nochmal Demokratie at its best. Die jungen Menschen können da hinkommen, können ihre Anliegen stellen, können sich einbringen, können sagen, mir passt hier was nicht, ich habe hier eine Frage und dass das in solchen Settings mal schwierig ist, das wissen wir auch, aber wir versuchen das dann auch schon aufzubrechen und zu gucken, dass wir sowas partizipativ dann eben auch gestalten können. Ein schöner Teil solcher Veranstaltungen ist ja auch mal, Anerkennung gegenüber verdienten Mitgliedern auszusprechen. Was für Ehrungen stehen denn da an? Keine Namen, aber was gibt es so für Kategorien? Ja, es gibt, also die höchste Kategorie ist der sogenannte Diskus. Das ist tatsächlich eine Scheibe, die man dann bekommt. Die bekommt man, wenn man sich eben über mehrere Jahre ehrenamtlich im Kinder- und Jugendbereich engagiert hat und sich da auch wirklich ausgezeichnet hat und hervorgetan hat durch seine Arbeit, sich für Kinder und Jugendliche eingesetzt hat. Dann ist das unsere höchste Auszeichnung, da wird es auch welche geben, die verliehen werden. Dann gibt es noch die Ehrengabe, die ist dann eine Stufe niedriger. Aber genau, das gehört auch dazu und das ist ja auch wichtig, den Menschen Wertschätzung gegenüber zu zeigen, die sich einsetzen. Und es ist manchmal natürlich auch belächelt zu sagen, ach, jetzt müssen wir das noch durchziehen und müssen wir jetzt hier noch eine Veranstaltung dafür machen. Aber ich finde, das ist so ein wichtiger Teil in unserer Vereinswelt. Und wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass dann solche Situationen auch genutzt werden, und dass dann auch Leute nochmal hingehen und sagen, ich wusste gar nicht, dass du das gemacht hast. Das ist ja ganz toll und so weiter. Also da entstehen dann auch schöne Geschichten nochmal. Wunderbar. Zum Abschluss geben wir unseren Gästen hier immer die Chance, nochmal drei Wünsche zu äußern, die sie frei haben für die nächsten zwölf Monate. Das kann sowohl mit der Tätigkeit zu tun haben, aber auch privat sein, sonst was. Was wäre das bei Ihnen? Aber die Erfüllung ist noch nicht gesichert, dann schätze ich. Wir kümmern uns darum. Sehr gut. Aus einer Sportperspektive wünsche ich mir sehr, dass es uns gelingen wird, olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Dass wir eine Bewerbung starten, die große Erfolgschancen hat. Ich glaube, wir haben jetzt in Paris gesehen, welche Auswirkungen, welche Strahlkraft solch ein Event haben kann für ein Land. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Insofern wünsche ich mir, dass uns das gelingt. Zweitens, auch beruflich wünsche ich mir natürlich, dass wir für Kinder und Jugendliche bessere Voraussetzungen kriegen im Sport. Wir sind derzeit unterfinanziert. Das muss man auch so klar ansprechen. Da stimmt aus meiner Sicht das Verhältnis noch nicht. Da bedarf es einer höheren Finanzierung, insbesondere mit Blick darauf, dass wir jetzt mehr als 10 Millionen Menschen haben, die im Kinder- und Jugendsport jedes zweite Kind im Sportverein ist. Da darf es ruhig eine Schippe mehr sein. Und der dritte Wunsch ist in der Tat vielleicht privat, dass es allen gesund, alle meine Kinder gesund bleibt, der Familie gut geht. Und vielleicht als kleiner Wunsch, dass wir vielleicht am Ende der Saison mit der Mannschaft, für die ich zuständig bin im Kinderfußball, vielleicht noch ein Erfolg werden. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. 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 Vielen Dank.